das waren drei reichte ja immer so nordosten weil da sieht man schon eine der karte so ein bisschen gehen wir nicht mit dem weg entlang ich habe doch seit nordosten weil da hinten beginnt neues gebiet vielleicht sehen wir dann im neuen gebiet auch sogar schon das dorf kann ja mal sein nicht nur in ordnung würde ich mir einen schnappen tja pech gehabt ach ja da kommt gleich ein berg wo wir hoch können aber ich habe gemerkt auf bergen sind meistens kühe und pferde oder federmäuse ein exp da rennt er der flitzer ich mache kurz neue musik an schade dass man kein duel starten kann wäre auch schon nicht schlecht hat auch folge klicke 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 was waren das wo ist das schlecht ach komm die schaffen wir doch warte mal oder so heute das hier machen sechs gibt immer schön für exp die fischer wo muss aufpassen ich bin fast tot er war noch einer da ja warte mal ganz kurz ich muss mich mal nicht erst mal regenerieren ja ich auch hier ich habe ja so ein ventilator mit so ein gitter voll dass man anschalten kann dass sich das dreht aber bei mir ist das so kaputt dass sich das dreht und dann weiter rutscht immer wieder ich habe das mal abgeschraubt ach so aber jetzt kühlt das sogar besser naja wobei das mehr die warme luft durch die gegend schiebt aber geht trotzdem ähm was zeigt denn die karte an ah wir sind gleich da ja ja ich würde ja gerne mal so ein riesen baum wieder sehen hier unten ist irgendwann eine höhle siehst du besonders weil das aber irgendwo sind hier noch eingänge vielleicht kann man sind immer irgendwelche versteckt die man sich mit freispringen kann hier was ist hier eine höhle ich habe ein paar ganz viele batmens genannt ich bin drüben ich brauche ich mache mir das einfacher spring das ding einfach so von der sammeln natürlich das ganze sein und immer wird nuggles ich weiß kann ich konnte es damit was anfangen keine ahnung ach ja hier diese pilze ne also die leuchtepilze die ich eingesammelt habe hier kannst du unterwegs irgendwo einfach mal hinschmeißen dann leuchtet das das auch geil hier zeige ich dir da und nochmal licht aus kannst du mir nicht hin stellen und kann ein borgengibs ähm fackeln die du einsammeln kannst wieso drückst du mal mhm du drückst nicht immer oder nö ehrlich ich drück echt nicht immer ich habe gedrückt ja oder so das nervt nämlich guck mal es wird schon wieder tag aber er hat gesagt endlich wir sind gleich über die grenze sieht eisig aus schneegebiet ne hatten wir aber noch nicht guck mal was für ein fail hier michi ja die hauen aber schaden rein die fische rechte mhm ja ich muss mich jetzt mal generellen buchern machen weiter hallo ja ich bin nur die bäume angucken wasser ich war schon mal ein schneegebiet hier sind die weißen mhm kannst du umwandeln in rote irgendwie irgendwie so war das normalerweise müsste das wasser gefroren sein finde ich mhm dachte ich mir auch grad du kannst denken krass ne mhm boah guck mal wie weit das dorf entfernt ist moment wo ist denn das ähm ach du scheiß nordosten ein bisschen Richtung Norden mehr und bei dem wenn du da stehst du so bitte um Richtung Norden ne mhm hier gibt's gibt's auch bischemils und ähm ähm bären bei irgendwo Gegner hehehe einfach mal umgenockt ja hör auf zu trinken hallo tsch kann ja wohl nicht angehen ne mhm mhm lalala lalalala mhm 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 was haben wir denn da wo ein alpaka gleich wieder umgenö sized was war das geheimnis promising aber ja mhm altung ja und ja ich darf das ja auch ich bin ja der server klar ich weiß nicht aber so ne ich spring das ding mal in die luft auch war ja nichts schade ach ja ja du kannst aus diesem weißen sind diese hells flowers machen ich glaube da musst du die bären ja daraus kannst du essen machen dafür müsstest du auch schon rezept haben müsstest du nicht eigentlich hast du aber schon müsstest du nicht nur so machst du schon so rum schoolboy ein schokoladen bull warte mal auf mich bin hier hinten ja ich bin kein d zug ich hatte eben wegen der geguckt in der blumen da vorne ist ein lagerfeuer kannst du mal gucken wie den schnee werden was kann ich was bringt überhaupt die bringen 262 sind die ja bei essen natürlich das ist nicht da wie wir märchen wir müssen dörgern ja und ich musste nur nicht nebel mal hinten sammeln wo läuft das mal dran vorbei weil das ist geil wenn du normale diese hellblumen kriegst sammelst und dann die schneeblumen dann kannst du dir noch ein paar getränke immer mehr machen es war doch ich bin tot ich auch es ging ein bisschen zu schnell wo bist du auch hinter weiter in ordnung ist mal lichter machen ich warte kurz auf dich ich komme schon hinterher da bist du auch schon zwei erledigt haben die anderen beiden uns gekillt naja du hast mir wieder wenig kein gekillt das ding ist ja noch besser als meins was ich jetzt habe wahrscheinlich sterbe ich jetzt noch mal wieso wo der fag ouch hilfe 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 ich bin gleich tot nein kommt nicht runter auf einmal ist man so ein loch kommt dass man bandy killen oder bannis klatschen machen das scheiße toll ja dann richtig ich hab dir nichts geklaut anzunehmen so richtig damit ich habe keinen platz mehr nachher war das letzte schon kann platz mehr deswegen also die ein zusammen ist auch gar nichts gott keine gegner es ist hier keine höhle der reine seite lang das wäre knapp gewesen wenn ich zur seite noch gesprungen wie gesagt jedes mal das gleiche mit meinem handy und dann denke ich trotzdem nicht dran dass wirklich laut zu stellen passiert ja schlaft immer halbmann das ist so ewig weit weg ist normal immer so weit weg ein single player habe ich auch schon lava landschaft gefunden das ist jetzt drei wochen her wo ich das gefunden habe oder er gesagt zwei wochen schon eine weile her vorletzte woche sonntag hatte ich das zuletzt also 10 gespielt letzte woche sonntag haben wir das ein bisschen miteinander gespielt aber nur ein bisschen der hat mein mauer aufgehört gl 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 Vielen Dank.